Erlebe Südtirol-Outdoor-Shopping ist für mich, wenn wir uns die Struktur von Südtirol umschauen, als kleine Dörfler. Natürlich kann auch nicht jeder für eine Nudel, für einen Spielelefoten oder für einen Knopf in die Stadt fahren müssen. Ich muss sagen, ich hatte ein besonderes Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Handarbeiten war eigentlich halb schon meine Passion. Ich habe angefangen mit nichts, da hättest du gesagt. Und heute sind wir halt so weit, dass meine Tochter mitarbeitet hat. Natürlich, die Großen sind auf alle Ecken und Händen. Wir müssen halt schauen, gegen jemanden aufzukommen. Solange unsere Kunden mitspielen, geht es. Wir haben eine Werkstatt eröffnet und in der Werkstatt werden Kurse angeboten und das hat sich so nett entwickelt. Da sind noch gewisse Frauen, die kommen schon mit Kuchen und die machen Tee dazu. Es ist richtiges Wohnzimmer geworden. Das ist richtiges Wohnzimmer. Das ist richtig. 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 Das ist richtig.